Wahre Freiheit zeigt sich oft in den scheinbar kleinen Dingen. Freiheit bedeutet auch freier Zugang für alle Bürger. Zum Internet, zur Bildung und zu öffentlich finanzierten Studien. Und natürlich auch den freien Zugang zum Nordseestrand. Eigentlich eine gute Idee. Energie kann man überall gewinnen. Dort, wo sie gebraucht wird. Umweltschonend, regional und dauerhaft aus erneuerbaren Energiequellen. Eigentlich eine gute Idee. Gemeinschaft entsteht durch gemeinsame Werte und Ziele. Jeder ist anders. Und diese Vielfalt macht uns einzigartig. Jeder soll so leben, wie er ist. Eigentlich eine gute Idee. Wissen ist unser wichtigster Rohstoff. Dieser muss für jeden frei zugänglich sein. Egal woher man kommt, wie viel man verdient oder wie alt man ist. Eigentlich eine gute Idee. Piraten stehen für wahre Freiheit, durchschaubare Politik und echte Demokratie. Wir übernehmen die guten Ideen. Und wir verbessern sie. Für jeden Bürger. Piraten in den Landtag. Das ist eine gute Idee. Am 20. Januar 2013. Piraten wählen.